Du möchtest anfangen mit dem Shisha rauchen, hast aber noch keine Ahnung, was du alles brauchst, welches Zubehör wirklich wichtig ist und wie der erste Warenkorb bei deinem ersten Shisha-Set aussehen sollte, dann ist das genau das richtige Video für dich. Ich bin Marvin, der Kanal heißt ShishaWG und bei mir geht es komplett um mein Lieblingshobby und zwar die Shisha. Alles drum und dran und deswegen auch dieses Video, weil ich letztens in dem Livestream gefragt wurde, was braucht man denn eigentlich alles, wenn man anfangen möchte. Erstmal ein kleiner Disclaimer, Shisha rauchen, wir wissen nicht, wie schädlich es wirklich ist, es gibt keine wirklich krassen Studien, seid euch aber bei einer Sache sicher, es ist Rauchen, es ist ungesund, es wird nicht gut für eure Lunge sein und es ist Nikotin im Shisha-Tabak und Nikotin macht es sehr, sehr schnell abhängig. Seid euch dessen bewusst, überlegt euch gut, ob ihr mit dem Rauchen anfangen wollt, aber wenn ihr euch eh schon entschieden habt, dann nehme ich euch hier gerne an die Hand und versuche euch ein paar Tipps und Tricks zu geben, wie ihr, wenn ihr sowieso rauchen wollt, wenigstens besser und ordentlicher raucht und vielleicht ein paar Anfängerfehler vermeidet. Noch ein anderer kleiner Disclaimer, ich habe bei einigen Shisha-Online-Shops Rabattcodes, wo ihr sparen könnt, wenn ihr einkauft oder noch ein paar Goodies dazu bekommen könnt, wenn ihr da meine Geschenkgutscheine oder Rabattgutscheine benutzt. Deswegen werde ich auch immer wieder auf genau diese Shops verweisen. Sind aber Shops, die ich euch absolut ans Herz legen kann. Außerdem werde ich ein paar Kategorien nicht zu spezifisch eingehen, weil ich auf dem Kanal schon sehr, sehr viele andere Videos habe. Da könnt ihr einfach mal die Suchfunktion auf dem Kanal nutzen. Sage ich aber immer dazu, wenn ich zu dem Thema schon ein spezifisches Video habe. Wie zum Beispiel bei unserem ersten Punkt, wenn man anfangen möchte Shisha zu rauchen, braucht man natürlich eine Shisha. Überraschung. Shishas kommen in verschiedenen Formen, Größen, Farben, Schlauchanschlusszahlen daher. Wenn ihr euch überlegt, was gut für euch ist, dann schaut mal auf dem Kanal vorbei. Ich habe verschiedene Empfehlungsvideos durch die Kategorien weg. Einzelne Reviews zu speziellen Pfeifen. Und wenn ihr euch die anguckt, werdet ihr bestimmt eine Pfeife finden, die euch gefällt. Achtung, einige von den Pfeifen, zu denen ich auch Reviews habe und die ich euch empfehlen kann, kommen teilweise in Sets. Packt euch am besten die Liste unten irgendwo hin. Schaut die an, hakt die ab. Guckt, was schon in dem Komplettset drin ist, wenn ihr eine Pfeife kauft. Und guckt, was ihr dann noch dazu kaufen müsst. Was wir natürlich auch an unserer Pfeife brauchen, ist natürlich noch ein Schlauch und ein Mundstück. Bei den Schläuchen kann ich euch vor allem die von Aeon und Mose empfehlen. Da habe ich auch den Gutscheincode SWG. Wenn ihr dafür eine gewisse Summe einkauft, kriegt ihr noch ein kostenloses Goodie mit dazu. Aber die Schläuche habe ich selbst. Hier steht es drauf. Das ist jetzt zum Beispiel einer von Aeon. Mit denen habe ich gute Erfahrungen gemacht. Aber bei Silikonschläuchen, solange die jetzt nicht irgendwie in irgendeinem Keller für Jahre rumlagen, sind die meisten aus den meisten Online-Shops vollkommen okay. Also beim Schlauch muss man sich nicht zu viele Sorgen drum machen. Bei den Mundstücken würde ich euch nicht, wie ich hier gerade, ein Alu-Mundstück empfehlen, sondern ein Edelstahl-Mundstück, ein Carbon-Mundstück oder ein Glas-Mundstück. Edelstahl und Carbon haben den Vorteil, die gehen nicht so schnell kaputt. Glas kann an sich sehr, sehr cool aussehen. Ich persönlich bin aber ein kleiner Dummkopf. Entweder ich setze mich drauf, die fallen mir runter oder gehen mir sonst irgendwie kaputt. Deswegen habe ich sehr, sehr selten Glas-Mundstücke. Meine Lieblings-Mundstücke sind tatsächlich diese hier. Das ist jetzt die 40 cm Variante von dem Vyro Forged Carbon Black. Sieht einfach geil aus. In schwarz gehalten, passt zu fast jeder Pfeife. Das hier ist jetzt die 40 cm Variante. Auf der Couch habe ich am liebsten die 40 cm Variante. Wenn ich am Schreibtisch sitze, aber meistens die 30 cm Variante, weil das so einfach ein bisschen besser handelbar ist. Aber das hier auf jeden Fall so mein Lieblings-Mundstück. Im Grunde muss es aber nur aus den genannten Materialien sein. Und ansonsten muss es euch gefallen und der Rest ist dann auch schon relativ egal. Wo ihr auf jeden Fall aufpassen solltet, was aber eigentlich bei den meisten Pfeifen gegeben ist, außer bei ein paar Vierschlauchpfeifen, ob ihr genug Schlauchanschlüsse in dem Set oder bei der Pfeife dabei habt. Bei einer Einschlauchpfeife ist das meistens kein Problem. Wenn ihr eine Einschlauchpfeife kauft, ist in der Regel auch ein Schlauchanschluss mit drin. Aber kauft ihr eine Vierschlauchpfeife, gibt es bei manchen Pfeifen nur einen Schlauchanschluss dazu. Wolltet ihr die Pfeife aber zu viert rauchen, fehlen euch also noch drei. Müsst ihr nachkaufen, da auf jeden Fall aufpassen. Wie gesagt, Lieferumfang von der Shisha genau angucken und dann werdet ihr da schlauer. Was auch sehr, sehr nice ist, ist eine sogenannte Knickschutzfeder. Und zwar würdet ihr die hier einfach um den Schlauch machen. Bei manchen Pfeifen gibt es nämlich das Problem, dass der Schlauch dann abknickt und dann ist der Durchzug komplett für den Arsch und ihr könnt fast gar nicht mehr ziehen. Das ist einfach sehr, sehr nervig. Da müsst ihr entweder die ganze Zeit so da sitzen, euren Schlauch halten. Das mag wirklich keiner. Es gibt noch den Trick, dass man den Schlauch einmal so um die Pfeife legt. Dann kann das auch nicht abknicken, aber das sieht halt auch wieder komplett bescheuert aus. Deswegen, wenn euch sowas passiert, dass euch der Schlauch abknickt, holt euch eine Knickschutzfeder. Aber again, Lieferumfang checken, die sind oft dabei. Eine der wichtigsten Kategorien bei Pfeifen. Übrigens, wo kommt der Rauch bei einer Pfeife her? Genau hier. Kopf und Aufsatz. Das wichtigste Thema, solange eine Pfeife dicht ist und ein gewisses Mindestmaß an Durchzug bietet, ist die Pfeife, komplett egal, was die Rauchentwicklung angeht. Das Wichtige ist, dass ihr einen guten Kopf kauft und einen guten Aufsatz kauft. Für Köpfe habe ich ein extra Video und auch für diese Aufsätze, das ist eine Smokebox oder HMD genannt. Da kann man dann die Kohle reinlegen. Das ist für mich der beste Weg zu rauchen. Ein Pfanne und ein HMD obendrauf. So rauche ich am liebsten Pfeife und so, finde ich, kann man am meisten Rauch und am meisten Geschmack aus einer Pfeife rauskitzeln. Man könnte natürlich auch noch einen Kamin draufsetzen oder einfach Alu benutzen. Bei Alu entweder vier Lagen Haushaltsalu oder eine Lage Panzeralu. Wenn ihr mit Alu rauchen wollt, muss also auch noch das auf die Einkaufsliste. Bei den HMDs wäre meine Top-Empfehlung für den Anfang. Entweder genau den, den ich gerade benutze, einen Alu-HMD, den sogenannten Onmo. Da habe ich übrigens auch den Code SWG-HMD. Da kriegt ihr noch die Reinigungsbürste kostenlos dazu, aber zu der kommen wir dann gleich nochmal. Oder wenn ihr lieber einen Edelstahl-HMD haben wollt, würde ich euch den AO912 empfehlen. Da übrigens auch bei Shisha World der Code SWG912 und dann kriegt ihr da nochmal 5 Euro Rabatt. Der Unterschied Alu- und Edelstahl-HMD ganz kurz erklärt. Alu-HMDs werden nicht ganz so heiß wie Edelstahl-HMDs, sind deswegen meiner Meinung nach einfacher im Handling, besser für Anfänger geeignet. Mit einem Edelstahl-HMD kann man hier und da nochmal ein bisschen extra rauskitzeln, ist aber etwas schwieriger im Umgang. Deswegen meine Empfehlung, wenn ihr anfangen wollt, lieber erstmal einen Alu-HMD. Und wenn euch das gefällt, könnt ihr euch ja irgendwann später in eurer Shisha-Karriere immer noch einen Edelstahl-HMD dazu kaufen. Was man natürlich auch braucht, wenn man Shisha rauchen will, ist Tabak zum Rauchen. Zu Tabak habe ich auch viele andere Videos, einzelne Tests, Vergleichsvideos, Top-Listen, wo die Community abgestimmt hat oder auch meine ganz persönlichen Top-Ten-Listen. Da könnt ihr euch gerne mal durchschauen, falls ihr da wissen wollt, was ich gerade so rauche. Das ist aber halt nur meine eigene Meinung, aber Tabak muss auf jeden Fall auch auf die Liste, weil ohne Shisha-Tabak Shisha rauchen ist ein bisschen schwierig. Und irgendwie müssen wir den Tabak auch heiß kriegen, also natürlich auch auf unserer Einkaufsliste Kohle. Und bei Kohle ganz wichtig, Freunde, bitte keine Selbstzünderkohle benutzen. Das zerstört das Shisha-Rauchen komplett. Selbstzünderkohle hat eine ekelhafte, dicke Chemieschicht außenrum, die schon unglaublich ekelhaft stinkt beim Anmachen. Und genau dieser Gestank setzt sich dann auch noch im Geschmack fest. Und das wollen wir nicht, deswegen nehmt am besten Kokosnusskohle. Ich hatte zum Beispiel Kohle schon von Marken wie Black Coco, die habe ich aktuell noch. One Nation, die ich jetzt zum Beispiel hier hingestellt habe. Coco Bration und noch viele andere, die gut sind. Ich persönlich habe aktuell Black Coco da, mit denen fahre ich auch wunderbar. Das Problem mit Kokosnuss Naturkohle ist aber, dass man die nicht einfach mit einem Feuerzeug anbekommt. Das heißt, wir brauchen auch noch einen Kohleanzünder. Eine etwas günstigere Variante ist der AO Blazer 1500 Watt. 1500 Watt heißt, der wird schneller heiß. Außerdem hat er vier Spiralen, das heißt, es passt besser die Kohle drauf. Und die 1500 Watt sorgen dafür, dass die Kohle schneller angeht. Ihr könnt euch auch noch aus Alu so ein kleines Hütchen bauen und könnt das da noch drüber legen. Dann geht die Kohle nochmal ein kleines bisschen schneller an. Meine Empfehlung für ein gutes, günstiges Einsteigerset, was Kohleanzünder angeht, nehmt den AO Blazer 1500 Watt. Da könnt ihr mal gucken, den gibt es wahrscheinlich bei Onel, bei Mose und vielen anderen Shops, wo ich noch einen Code habe. Bei Onel, Shisha Union und Co. wäre der Rabattcode übrigens SWG10. Da könnt ihr immer nochmal 10% auf eure Einkäufe sparen. Für die Kohle brauchen wir noch zwei andere Sachen. Kohle lässt sich in der Regel, da die weit über 500 Grad heiß ist, dezent schlecht mit den Fingern anfassen. Deswegen solltet ihr euch auf jeden Fall noch eine Kohlezange holen. Und zu der Kohlezange ganz wichtig, auch noch einen Kohlekorb. Aber macht bitte nicht den Fehler zu denken, ja, ich kann die Kohle auch gerade so bis zum Kopf tragen und das geht schon klar. Oder ich trage einfach so den HMD durch die Gegend. Leute, das hier ist ein Kohlekopf von Barco, der kostet wirklich nicht die Welt. Ich glaube, der kostet nicht mal einen Zwanni und dann noch mit dem SWG10. Wirklich also diesen Zwanni einmal investiert gegen Brandlöcher im Teppich, im Laminat oder was weiß ich wo. Nehmt den unbedingt dazu. Das sorgt für deutlich weniger Kopfschmerzen im Nachhinein. Kohlezange gibt es zum Beispiel hier meine SWG-Zange. Da ist noch mein Logo mit eingearbeitet. Bin ich natürlich sehr stolz drauf. Die gibt es bei Nobledust, aber ihr werdet in fast jedem Onlineshop verschiedene Zangen finden. Zum Beispiel für einen Kohleanzünder noch ganz cool sind so etwas längere Zangen. Das hier ist jetzt eine von Embry. Weil man natürlich durch die deutlich längere Länge mehr Distanz zu der Kohle hat. Was bedeutet, die Finger bleiben ein bisschen kühler. Aber Kohlekorb und Kohlezange definitiv essentiell zum Pfeife rauchen. Und das waren eigentlich schon alle essentiellen Sachen, um Pfeife rauchen zu können. Man könnte zum Beispiel auch noch eine Kopfbaugabel dazu kaufen. Aber wenn ihr gerade anfangen wollt, ist das wahrscheinlich relativ unnötig, viel Geld für Zubehör auszugeben. Da könnt ihr zum Beispiel auch einfach eine kleine Kuchengabel nehmen. Damit kann man genauso gute Köpfe bauen. Und wenn ihr später mehr Wert auf den Style legt und vielleicht auch noch mehr in euer Hobby investieren wollt, dann könnt ihr euch vielleicht nach einem Kopfbaubrett umschauen, nach einer Kopfbaugabel, nach einem Poker. Da gibt es dann viele Möglichkeiten, wie man viel Geld in sein Lieblingshobby versenken kann. Wenn man jetzt aber die Pfeife geraucht hat, muss man die Pfeife natürlich auch sauber machen. Und dafür sollten auf jeden Fall auch ein paar Sachen auf die Liste. Ihr könnt auch erstmal nur mit einer Packung Spüli über die Runden kommen. Einfach überall ein bisschen Spüli hin, ein bisschen verreiben, mit einem Schwamm drüber, durch das Tauchrohrspülen und Co. Zur Reinigung habe ich übrigens auch extra Videos, wenn ihr euch die angucken wollt. Aber, falls ihr es ein bisschen ernster nehmt, gibt es ein paar Sachen, die große Vorteile bieten. Zum Beispiel einmal hier die Rauchkultur-Reinigungspärlen. Die kippt man dann in die Bowl, kann die Bowl mit ein bisschen Reinigungsmittel hin und her schütteln. Die Kugeln reiben die ganzen Reste von der Bowl-Seite ab und eure Bowl glänzt wieder wie neu. Dazu sollte man am besten dann noch ein paar Spüler-Shisha-Reiniger oder zum Beispiel Spüli nehmen. Warum soll ich mir einen extra Shisha-Reiniger holen, wenn ich doch einfach Spüli zu Hause habe? Ganz einfach. Erstens sind diese Sprühflaschen extrem praktisch und zweitens ist Shisha-Reiniger deutlich dünnflüssiger als Spüli. Ein Problem, was viele am Anfang haben, ist, dass sie zum Beispiel Spüli in die Bowl machen, die sauber machen, ausspülen und beim nächsten Kopf schäumt das Wasser hoch und man zieht komplett Wasser in den Schlauch. Ist extrem nervig, zerstört die komplette Freude an dem Kopf. Die Shisha-Reiniger sind deutlich dünnflüssiger, lassen sich deutlich besser abspülen und schäumen dabei auch noch weniger. Das heißt, wenn man da Wert drauf legt, dass man das besonders gut gereinigt bekommt, kann so ein Shisha-Reiniger Sinn machen. In Kombination mit diesen Perlen oder zum Beispiel so einer Gänsehalsbürste, die dann noch verstellbar ist, mit der man auch an viele, viele Orte in der Bowl drankommt, ist das auf jeden Fall geil. Für besonders schwierige Bowls oder komisch geformte Bowls sind diese Kugeln aber noch einen Ticken besser, weil man mit denen wirklich an fast jede Stelle drankommt. Aber das solltet ihr auf jeden Fall noch mit dabei haben. Eine weitere Sache, die wir noch zum Rauchen brauchen, ist eine Kopfdichtung. Auch da guckt nach, ob die vielleicht schon in eurem Set enthalten ist, aber wenn nicht, würde ich euch diese Kautschuk-Dichtung empfehlen. Das sind nicht die schönsten Dichtungen, manchmal gibt es sie auch in verschiedenen Farben, aber ich bin tatsächlich großer Freund von diesen standard weißen Kautschuk-Dichtungen. Warum Kautschuk und nicht Silikon? Ganz einfach, wenn auf Silikon ein bisschen Flüssigkeit, Molasse, Wasser oder sonst was draufkommt, dann wird das Ganze sehr, sehr schnell rutschig. Diese Kautschuk-Dichtungen können Feuchtigkeit da deutlich besser abhaben. Deswegen gibt es bei mir eigentlich nur genau diese Dichtung. Gibt es aber eigentlich auch in jedem Shisha-Onlineshop. Auch noch ein Zubehörteil, auf das viele am Anfang Wert legen, ist ein Molassefänger. Einen Molassefänger könnt ihr bei eurer Pfeife einfach zwischen Rauchsäule und Kopf noch stecken. Man kann dann noch einen Schluck Wasser reinmachen, dann ist das leichter zu reinigen. Was ist ein Molassefänger? Ein Molassefänger ist ein Gerät, das Molasse fängt. Ihr müsst euch vorstellen, wenn euer Köpfchen warm wird, dann kann die Molasse, die ja vom Tabak getragen wird, die Pfeife runterlaufen. Und ihr seht ja meine Bowl, die ist nicht perfekt sauber. Hätte ich von Anfang an einen Molassefänger benutzt, wäre die wahrscheinlich noch komplett sauber. Das kann allerdings ein paar Nachteile mit sich bringen. Also der Vorteil ist, eure Bowl ist sauber. Dadurch, dass keine Molasse im Wasser ist, kann das auch Schäumen vom Wasser verhindern, was auch sehr angenehm sein kann. Allerdings sind die Teile meistens aus Glas und Glas zerbricht eben schnell. Manche passen nicht richtig und wenn Glas bricht, dann habt ihr überall Scherben. Außerdem können sie ein bisschen durchzukosten und ich persönlich bin auch optisch kein Freund davon. Ich finde, diese Pfeife sieht so viel schöner aus, als sie eben mit einem Molassefänger aussah. Aber das ist wie gesagt ganz eure Entscheidung, wenn ihr das ausprobieren wollt, könntet ihr noch einen Molassefänger mit auf die Liste setzen. Das letzte Zubehörteil, was ihr noch auf eure Liste stecken könntet, wenn ihr mit HMD rauchen wollt, ist eine von diesen Reinigungsbürsten. Ich habe schon gesagt, die kriegt ihr zum Beispiel dazu, wenn ihr bei Onmo selbst einen Onmo kauft und den Code SWG-HMD benutzt, dann kriegt ihr genau diese Bürste hier dazu. Die gibt es ansonsten auch bei Barco und in vielen anderen Online-Shops, aber ich bin großer Fan von genau dieser Bürste. Es gibt auch noch andere, man kann die auch günstiger im Baumarkt noch bekommen, aber ich mag genau diese Bürste hier extrem gerne. An so einer Smokebox bleibt einfach beim Rauchen Tabak hängen. Das ist ganz normal, das muss natürlich danach runter. Ich persönlich nehme den HMD kurz ab, kratze den mit einer Gabel ab, lasse den dann eine Nacht einfach in der Schale mit Wasser einweichen, am nächsten Tag nochmal mit so einer Bürste drüber und gut ist. Aber auf jeden Fall eine Bürste, ansonsten ist HMD-Reining wirklich anstrengend. Ja, und das war auch schon die komplette Einkaufsliste. Wenn ihr euch das alles in den Warenkorb schmeißt, dann steht dem Shisha-Vergnügen nichts mehr im Wege. Ich hoffe, das Video konnte euch ein bisschen helfen. Wenn es euch geholfen hat, lasst mir sehr, sehr gerne noch einen Daumen nach oben oder Abo da, da würde ich mich drüber freuen und dann verpasst ihr keine weiteren Shisha-Tipps. Bis zum nächsten Mal, eure Shisha-WG.